so leute es ist soweit neue roofless vlog diesmal haben wir ein paar portugiesen am start wir sind für ein paar tage auf besuch den freitasch und im asso wir starten gleich in senfbauten los da werden ein paar gute trainings auf euch zukommen hallo alles gut today kindergarten training alles klar guten tag wir wärmen uns mal auf dann kommen die ballmann sprünge auch ja 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 Jaaa! Ja! Tom! Tom! Jaaa! Der Domi hat gerade einen Schirchensprung gefunden. Von da, da rüber. Die Kiddies sind auch da. Glaubst du, schaffe ich das jetzt? Ja! 3, 2, 1, 1, go! Slow-mo-kamera. Die blau. Slow-mo-kamera. Los! Woah! Woah! Come on! Ah! Shit! No! Sonny! Sonny! 3, 2, 1, 1, go! Oh! Come on! Go! Oh! 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 Share unsubscribend! Share unsubscribend! Ah! Oh! Ja! Ja! Super! Ja! Das war noch ein kurzer Zwischenstopp, jetzt gehts zu den anderen zum nächsten Spot, los gehts! Das ist 7-Word-Speet. Ja! Ja! Komm schon! Oh, ja! Komm! Du solltest mir auf der Kamera glauben. Ich glaube nicht. Ja! 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 Das war's für heute mit dem Training. War richtig cool noch. Morgen geht's dann weiter bei der Donauinsel. Ja Leute, wir sind am Spot. Wetter ist schlecht. Aber die Motivation ist auf Mount Everest. Jetzt geht's los. Während der Fred und der Mattea wieder mal ein Kaffeekränzchen halten. Sind wir schon wieder komplett am Arbeiten. Ja, Mann. Ja, Mann. Alter, geil. Hör aus. Wir werden es nicht mehr verletzen. Wir werden es nicht mehr verletzen. Oh, ja. You fucking go. Das ist ja das. Es ist ja das. Es ist ein Scheißer. Show ihm. Warum? Ja! Ja! Ich muss es machen. Vielleicht hilft der Kapitän. Das war ein Kampf. Genau wenn er es geschafft, habe ich es nicht gefilmt. Yes! Yes! Oh, ja. Oh, ja. So, aus dem Tic Tac habe ich den Swing jetzt nicht geschafft. Aber ich probiere ihn jetzt nochmal aus dem Hängen. Vielleicht geht das ja besser. Wow! Ja! Wow! Das ist so geil! Das ist geil! Das ist geil! Ja! Ja! So, wir sind noch beim Spot kurz stehen geblieben. Der Domi und der Marsium. Ich möchte noch schnell eine Sache hitten. Auf jeden Fall. Da haben wir sehr viel... Nein, ich lasse das. Mhm. Dominik? Ja, bei mir. Ah, ok, ok. Ich schaute, wo du warst. Nice! Oh! 7-Word-Beat. Nice! Sieg! Ja, das ist gut. Oh! 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 Knapper kann man es nicht mehr landen. Oh! Perfekt! Ja, ich würde es präppern. Es ist einfach so... Maceo präppt gerade den Speed-to-Speed-Step. Von hier Speed-Step, Speed-Step. Es ist heute schon sehr dunkel. Ja! 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 Big drop. Oh! 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 Oh, ja. Du bist so richtig, ich dachte es wäre viel schlimmer. Endlich! Das wollten wir sehen, Leute. wir sind alle müde schon das heißt morgen geht es weiter und morgen wird richtig geballert so leute wir sind jetzt noch kurz im antipark stehen geblieben weil der masio der antipark präziden will den klassiker in wien schauen wir mal ob er es macht der antipark das ist das ding der wird jetzt geballert wir drücken in die damen so close Ja, Mann, ein bisschen auf der Lange ist, aber ich versuche noch ein bisschen. Nein, das ist verrückt, Mann. Der Infamous noch ein bisschen. Ich liebe diesen Gefühl von noch ein bisschen mehr. Man muss wirklich glauben, dass es das letzte Mal ist, aber gleichzeitig ist es einfach so. Man weiß, dass es 50% ist, dass es nicht das letzte Mal ist. Ja. Ein Touri-Klassiker der Anipark Swing Prix. Perfekt gestickt vom Meister persönlich. So Leute, da sind wir wieder im altbekannten Auto. Das Training war super mit den Portugiesen, die haben wir jetzt schon zurückgebracht. Geiles Training, geile Sessions. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.